Herzlich Willkommen zu Folge 3 von Assassin's Creed Origins mit einem Simon. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind ja am Start. Wir stehen vor Siva. Und ich habe ein bisschen rumgespielt an den Sound-Einstellungen, weil mir die Dialoge immer noch zu laut waren. Da gab es eine dynamische Audio-Einstellung. Ihr verdankt alles, was ihr habt. Eure Höfe, eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben. Das habe ich jetzt ein bisschen umgestellt von voll auf mittel. Weil das wohl also die Extreme verstärken soll, was man super laut hört. Hört man dann eben noch lauter. Die Einheimischen sehen mitgenommen aus. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt wird. Wir haben gelernt zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Du siehst ja, wie es ist. Das ist eine super Katastrophe, weil so viel Kommunikation natürlich im Spiel ist und ich einfach nicht kommentieren kann, ohne dass man mir reinredet quasi. Oder ich halt. Der ist einfach kollidiert in zwei Sachen. Und das hat mich in der letzten Folge tatsächlich gestört. Ich hoffe, das wird jetzt in dieser besser. Wir schauen mal. Es gibt noch die Möglichkeit, es auch nachts einzustellen. Seht, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Also leistet der Großherrchen zu beenden, Frauke. Wir sollten nicht hier weg. Gehen wir? Mal ganz kurz mal schauen, weil das klingt. Es kann natürlich auch diese dynamische Sache sein. Scheint so, weil meine Einstellungen passen. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Wirst du dein Haus besuchen? Da gibt es nichts für mich. Ach, mein Heim. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Geh einfach hinein. Kannst du bitte aufhören? Achso, ich muss... Wir steigen wir ab, okay. Mal komplett alle Pfeile einsammeln. Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher auch anhört. Weil da jetzt auch viel geredet war als auf dem Weg. Ich hoffe, wir finden da eine gute Lösung. Für den Dialogen. Weil ich kann es einfach nicht noch leichter stellen. Wie... Ruhe dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifah. Schon wieder die Soldaten. Bayek. Rabia. Meine Rabia. Ich habe mich um dich gesorgt. Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Sieh dich an. Schnitte, Prellungen. Das ist nichts. Setz dich. Setz dich. Setz dich. Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich, aber du bist noch der Alte. Dann lassen wir uns mal verarzten. Aber was ist jetzt mit den Soldaten, die anrücken? Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Ah, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Was mir noch ein bisschen fehlt, wenn wir jetzt gerade dabei sind, bei diesem ganzen Sound. Was ich schade finde, dass es nicht so eine Gesamtlautstärke-Regelung gibt, um das Wunder zu regeln. Das gibt es, glaube ich, in den anderen Teilen. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Also was ich meine hier... Normalerweise gibt es ja da immer so eine Gesamtlautstärke und dann die einzelnen Musik-Effekt-Dialog... ...und teilweise noch Atmosphäre oder so irgendwas. Das fehlt hier ein bisschen, dass man es nicht gesamt steuern kann. Hepzifah! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifah! Wir wollen nur mit dir reden! Nomark-Rothiak wurde ermordet! Womöglich war dein Freund der Major beteiligt! Komm raus! Wenn du seinen Namen reinwaschen willst! Hinterhalt vorbereiten! Scheiße! Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück! Was war das? Wer ist da? Bleib unten! Er kommt uns zu nah. Ist theoretisch okay. Und F schlage ich nicht. Okay. Jetzt erledigen wir den Rest. Wir haben aber nur niedergeschlagen, nicht getötet. Was dir auch okay ist. Warte mal! Hier stimmt irgendwas nicht. Sehr wachsach, Philosophe. Ich pass auf, ganz ruhig. Hier da haben wir nur einen Bogen. Und da haben wir noch eine Wache stehen. Pass auf, hier stimmt was nicht. Damit wird er nicht... Die wir jetzt hier weglocken können. Na komm. Hey! Dann ist noch drei Gegner angezeigt. Ich glaube, ich werde mir jetzt zuerst den Gegner auf dem Dach holen. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf! Augen auf! Überlassen wir nichts dem Zufall. Okay, hier mal was zum Blindern. Sehr schön. Ich glaube, wir werden beobachtet. Das glaubst du gar nicht so falsch. Wird interessieren, woher er das glaubt. Warum, besser gesagt. Weil ich finde jetzt nicht, dass wir uns verraten haben. Zumindest wüsste ich nicht durch welches Verhalten. Na komm. Hey, Moment! Haben wir denn was Schönes mitgenommen? Ich bin... Ich mag das Schwert lieber. Ich mag Waffen, mit denen ich schnell zu Gange bin. Ähm. Deswegen wechseln wir mal wieder von der schweren Keule. Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten, den Siva. Machen wir. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, Benepe kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senu hilft dir zu finden, was du brauchst. Senu? Senu lebt noch? Sieh mal einer an! Senu, altes Mädchen! Und gut in Form! Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehnen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall angekommen und haben mehr Request bekommen. Wir leveln noch. Wir können... Was haben wir denn? Waffenträger? Mehr Erfahrungspunkte ist generell nie verkehrt. Wir machen erst mal den Schaden hoch. Die Höchstleistungsattacke bzw. Fähigkeit. Wenn wir beim nächsten Mal das Aufrüsten angehen, wählen wir das mal aus. Und der Ibis ist unser nächstes Ziel. Medunamun. Die meisten Männer, nach denen Bayek sucht, sind bisher namenlos. Aber er entdeckt den Namen... Er entdeckte den Namen Medunamun. Medunamun wurde von den Volumäern als Orakel von Siva installiert und steht im Tempel des Amun vor. Sein wahres Interesse scheint aber dem Gewölbe unter dem Tempel zu gelten. Er tut den Dorfbewohnern Gewalt an, um mehr über das Gewölbe zu erfahren. Das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Man kann sich so entwickeln lassen. Wir haben hier auch jede Menge Sachen zu erkunden. Genauso Aussichtspunkte und so weiter und so fort. Wir haben viel zu tun. Es wird sehr schön. Ich freue mich. Dann auch hier die Karte. Sie erwartet schon nach einer schönen große Welt. So will ich gar nicht vorwegnehmen. Es ist größer, als ich es in Erinnerung habe. Sehr schön. Ich freue mich, das alles zu entdecken. mit euch zusammen. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Ich glaube, dass die Dialoge jetzt schon besser eingepegelt sind. Vielen Dank, fürs mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut genau da rein. Ciao, ciao.